Das Gebiet Stiliking bei Lüdenscheid ist das größte Naturschutzgebiet im Märkischen Kreis. Bekannt ist es, weil dort ganzjährig eine Herde Heckrinder grast. Heckrinder sind nachgestiegen und den Auerochsen schon recht ähnlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Pflanzenwelt und der Wald bieten viele schöne Aussichten und Anblicke. Musik 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 Auch Ende des Sommers und Anfang Herbst ist der Stiliking recht reizvoll. Musik 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 Musik